Mein Name ist Laszlo Greinberg. Ich bin 18 Jahre alt, mache eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer bei der Firma Geiger. Als Berufskraftfahrer beschäftigt man sich hauptsächlich mit dem Transport von Gütern, der Be- und Entladung sowie der Ladungssicherung. Bei der Firma Geiger sind es dann hauptsächlich Kies und Steine, wo auch Beton, Aushub und Asphalt wird hier gefahren. Und zudem kommt natürlich noch die Routenplanung sowie kleine Reparaturen am Fahrzeug und die Pflege vom Fahrzeug. Ich habe mich für die Ausbildung als Berufskraftfahrer bei der Firma Geiger entschieden, weil ich schon immer gerne mit großen Maschinen fahren wollte und ich das bei der Firma Geiger am besten umsetzen kann. Voraussetzungen für den Beruf sind Verantwortungsbewusstsein, technisches Verständnis, Pünktlichkeit, Geduld und ein gewisses Geschehen. Meine heutige Aufgabe ist es, Material von unserem Steinbruch in Wertach auf einer Baustelle zu fahren. Beginnen tue ich wie jeden Morgen mit dem Schieben einer Fahrerkarte, welche zur Aufzeichnung meiner gesamten Daten zuständig ist. Daraufhin führe ich eine Abfahrtskontrolle durch, um die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs zu gewährleisten. Daraufhin kann ich dann meine Route anschauen bzw. planen, damit ich auch weiß, wo ich hin muss. Anschließend direkt mit der Ladetätigkeit beginnen und mit der Anfahrt auf die Baustelle. Ich bin jetzt am Standort Allgäu stationiert, wo meine Berufsschule in Mindelheim stattfindet. Weitere Ausbildungsorte bei der Firma Geiger wären zum Beispiel München oder Stuttgart. Ich finde das Arbeitsklima bei der Firma Geiger sehr gut. Gerade die Zusammenarbeit mit den Kollegen macht mir sehr viel Spaß. Ich hatte immer einen Ansprechpartner, auf den man sich verlassen kann, und der ein paar Fragen zur Seite steht. Die Firma Geiger bietet uns Azubis eine Übernahrung Garantie sowie die Möglichkeit auf ein Azubimobil bei guten Leistungen, außerdem weitreichende Fortbildungen und Schulungen. Ich kann die Ausbildung zum Berufskraftfahrer jedem empfehlen, der Lust auf eine vielseitige Arbeit hat, gerne unterwegs ist und gerne sehr viel bewegt. Und wenn ihr noch weitere Infos zur Ausbildung bei der Geiger Unternehmensgruppe haben wollt, besucht einfach unsere Webseite unter www.geigergruppe.de. www.geigergruppe.de